Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Blightfall. Ich bin immer noch ein bisschen in den Höhlen, um Kupfer zu suchen, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ich habe schon zwei Tunnel hinter mir. Eisen habe ich gefunden, das ist schon oben. Dann viel von diesem If-Infused-Kolium-Ohr, was man braucht für, sag schon, für Blood Magic, für Rune. Self-Sacrificion-Ohr heißen die. Aber wir gehen jetzt trotzdem hoch und kümmern uns erstmal ein bisschen um Thaumcraft und Thaumanomicon. Dafür brauchen wir Kühe. Ich hoffe, wir haben genug. Wenn ich hier rausfinde. Hier nicht, da dann. Genau. Warte, da pack ich mal was rein, dann müssen wir nicht springen. Hier geht es wieder hoch, genau. Da lang. Darf ich? Nein? Jetzt. Ja, ist gut. So. Es ist gerade dunkel draußen. Eins, zwei. Hier habe ich zugemacht, weil Kühe und ihr wisst schon die Tiere hier reingehen. Und wenn die einmal Tain-Schaden haben und dann sterben, dann werden die zu Tain-Viechern und die sind böse. Warte mal, hier sind zwei Kühe. Wir haben zwei Kühe. Genau, wir hatten drei Kühe. Eine musste ich leider notschlachten. Ah, schade. Aber Weed haben wir nicht. Das wächst ja auch kacke. Hm. Okay, also. Unser Weed ist hier. Null Prozent. Das wächst. Ja, okay. Aber Weed nicht. Hm, das ist doof. Okay, lass mich mal kurz gucken. Da wollte ich nicht reingucken. Ich wollte hier reingucken. Lightfall. Sechs Quests. Eine Quest ist klar. Bau mir. Das kostet nichts. Nehmen wir. So. Red to mine. Putting down roots. Red. So was haben wir ja nicht. Wir haben ja nicht mal Weed. Geh mal weg. Danke. Nee, okay. So, wir lassen uns mal weiter gucken. As-Bone Supplier. Das machen wir nicht mehr, weil das Punkte wegnimmt. Hier müssen wir gucken. Platinum habe ich noch nicht gefunden. Genau, dafür brauchen wir eine andere Axt. Axt, ähm, wirst schon Hacke. Scout ist mit dem Sumpf. Para-Normalist. Throw my no-micron. Hm, hm, hm. Warte mal, was denn hier? We should make a book to record. Ähm, creating books with patterns and strings instead of leather. Clove a message. Ja, aber wir haben ja kleine Strings. Darf ich? Aber vielleicht können wir Strings machen aus was anderem. Was ich aber nicht glaube. String. String. Ja, ja. Was ist das hier? Clothes. Scrap. Okay. Wolle, ja. Ja, 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 ja. Was ist das hier? Into two strings. A quest item for the jaded. Okay, keine Ahnung. So, also. Okay, Colonist. Ja, ja. Xenobie. Ach, genau. Tainted Cow. Genau, weil ich die getötet habe. Was kriege ich hier? Plus fünf, was auch immer. The Engine. Das haben wir. Das dauert noch. The Black Market. Okay. Also müssen wir wirklich... Ich würde vorschlagen, wir kloppen jetzt ein bisschen Holz. Und ist kaputt. Ja, kaputt. Habe ich Holz zum einen, natürlich nicht. Ähm, da machen wir ein paar Zäune. Und... Wir haben gar kein Holz mehr. Doch, doch, doch. Ja. Genau, ein paar Zäune und dann bauen wir Gehege. Für die Viecher. Nee. Hier. So. Geh weg. Mach mal das. Ja, dann reißen wir rum. Gebt mir das. Dankeschön. Sechs. Wow. Wo will ich euch hin haben? Ups. Also, mein Feld ist auf der Seite. Das muss ich nochmal umbauen. Das geht so nicht. Ähm. Guck mal, hier steht schon eine... Da steht auch eine Kuh. Geh mal hier runter. Ich überlege... Vielleicht so? Nee. Daube Kuh. Ja, ist okay. Mach du erst mal. Ich fange nicht dann ein. Mehr oder weniger. So, dann das Holz hier. Ich überlege, wie wir zu den Sümpfen kommen. Warte mal, ich kann ja auch auf die Map gucken. Wartet, wartet, wartet. Oh, nee, M. M. So, das sind wir. Was ist das? Das weiß ich nicht. Wo ist denn der so? Hier so? Hier ist ein Streifen, schön. Hier ist ein Dorf. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zurückkommen. Warte, ich will mir das jetzt angucken. Ob wir zurückkommen in dieses andere Ding und wir dann... Darf ich? Aboard the Jaded. Okay. Und dann sind wir wieder hier. Machen wir auf. Hier legt es auch, schön. Hallo Mirabella. Oder Mirabelle. Wir sind in Alpha. Ähm. Beta. Wo ist Beta? Nee, da war ich schon mal. Da ist es nicht. Vielleicht hier. Wird mir das denn angezeigt? Darf ich da überhaupt hin? Right-click to activate. You have been assigned to a team. Please walk back to your assigned place. Ah, okay. Also wir kommen da nicht lang. Okay. Aber ein Versuch was wert. Kommen wir doch irgendwo anders hin? Hallo. Which one thinks buy any advice this book? Okay, nee. Ich muss mal hier bleiben. Ich hatte... Warte mal. Wir haben das mit dem anderen Computer-Dings, der aber noch nichts gemacht hat, weil wir noch nicht so weit sind. Was ist das hier? Nichts. Und all. Kommen wir auf. Hier drüben ist... Was ist das? Situation ab oben. Oh, hallo. Wie bist du denn? You're off. Good. We need you. This planet has not been kind. Skars. Okay, what happened? See that view is green over. Okay. Okay. Ich verstehe das schon, denke ich. Warte mal, Schnee. Bäume. Das... Keine Ahnung. Doch, Vulkan. Das weiß ich nicht. Das ist... Ein Stein im Wasser. Wie ist es mit dem Stuhl? Die sehen gleich aus. Oh, lass mich jetzt. Aber die Maps sieht cool aus. Das ist alles tainted noch. Und wir wohnen... Wo wohnen wir? Keine Ahnung. Aber was ist der Sumpf? Da komme ich doch gar nicht hin. Warte mal, hier. Wasser. Okay. Was ist das hier? Die nördliche Richtung. Ah, hier geht es ja noch weiter. Was ist das hier? Wüste. Warte mal. Aber ist alles das gleiche? Was ist das hier? Der Scan ist already in progress. Ah, okay. Bioma... Hm, hm, hm. Okay. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Komme ich von hier aus zurück, bestimmt. Woh. Biodome Alpha. Travel. Okay. Noch eine Kuh irgendwo? Nein. Die hatten ja drei Kühe, aber... Hm. Schade. So. Erstmal Earth Black. Geh mal weg. Was ist das da? Da ist auch noch grüne Fläche in der Richtung. Wartet mal. Lass mich mal nähern. Was bist du hier? Was ist das? Keine Ahnung. Das sieht aus wie Applied Energi... Äh, ja genau. Applied Energi... Oder Öl. Hier ist eine Base. Hier. Hier. Oh, hier hätten wir. Unter Wasser wäre bestimmt auch cool gewesen. Das auch eine. Und das? Weiß ich nicht. Hier ist so... Von... Applied Energi Stacks. Hier ist eine Pilzinsel. Okay. Das ist was anderes. Hmhm. 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 Okay. So. Erstmal das Zeug weg. Strings. Ich glaube, wir müssten... Ähm... Wir müssen hier die, ähm... Ne, das... Gibt ja erst. Okay. Das hier. Warte mal. Wir haben doch genug Bohnen. Bin ich doof? Ich will Read. Ah, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Ge weg. Schwein, geh weg. So. Okay, das machen wir jetzt ein bisschen. Warte mal, wir haben zwei. Wir haben sechs. Du kommst mal mit. Und die Kuh da hinten. Sir. Einmal bitte hier hin. Und dann macht Babys. Auf, auf. Kann ich dich wachsen lassen? Nee. Okay. Äh, Bohnen, wir haben noch genug davon. Wir haben einen Stack und machen jetzt ein bisschen Weed. Und dann können wir uns gleich noch ein Brot machen. Wir können uns ja auch schon ein Brot machen. Aber ich will trotzdem noch ein paar... Ich weiß nicht, ob die Setzlinge sich vermehren. Doch, beim Abbauen. Wartet. Nein. Drei, vier, fünf. Nochmal. Nochmal. Anscheinend nicht. Wir probieren es nochmal. Nee. Okay, okay, schade. Da ist etwas runtergeholt. Komm her. Habe ich dich? Nee. Guck doch jetzt an. So, Brot müssen wir machen. Dankeschön. Open. Brot. Manual Submit. Was ist mit dir los? Manual Submit Button Below Note. We are not asking for primitive bread. Was? Weed in an Ofen, oder was? Drehart. Please. Bread. Tweet. Okay. Und lass mich raten, das kann ich... Nein. Aber daraus kann ich Setzlinge machen. Perfekt. Warte, 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 das kriege ich hin. Mortar ist Stein. Stein und ein Stück. Hatten wir keinen Stück? Oh. Ähm. Der Ofen ist hier. Ein Stein haben wir. Ein Stein. Ähm. Eins, zwei, drei. Das kann ich gut rein. Jo. Perfekt. Ups. Komm mal her. Reicht das? Nee. Doch. Für eins noch vielleicht. Wenn nicht, schmeiß ich da noch einen Stick rein. Und noch einen Stick. Und noch einen Stick? Nee, okay. Alles gut. Alles gut. Brauche ich nicht. So. Ähm. Äh. Welcher Tisch? Der hier? Eins, zwei, drei. Das hier. Danke. Dann können wir gleich mal drei machen. Dann nehme ich mir jetzt aber Kohle. Weil davon haben wir nämlich auch genug. Das hier und... Nein. Das hier und das hier. Genau. Einmal schlafen. Und dann haben wir unser erstes Brot. Und das können wir essen, weil das primitiv. Bringt auch nicht viel. Was mit dem? Das bringt. Das bringt. Eins könnte ich noch, aber... So. Jetzt haben wir es. Perfekt. Darf ich? Danke. Manual Submit. Claim Reward. Perfekt. So, was ist hier los? Toast, Breaded, Pogshork, Fishsteaks. Apple Pie, Fishsteaks. Wirst mich verarschen. Cooking Table. Was ist das denn? Nee. Erst mir ringt. Cooking Table. Da bist du. Das hier wird gemacht aus... Okay. Ja, gut. Dann hat sich das auch erledigt. Das ist ein cooles Rezept, finde ich. Das kann erst mal weg hier. Warte mal. Wo war's? Hier drin. Komm mal her. Vergiss dir rein. Einmal sortieren, bitte. So. Weg mit euch. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Ähm. Du weg. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen... ...Elt hin. Das geht auch noch. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toll. Wie geht mir das? Sowieso. Bis hier müssen wir noch... Ja, genau. Bis hier müssen wir noch gehen. Wenn wir mal... 3, 3 bis hier mache ich es aber eher. So. Nee, eins reicht. Das ist okay. Geh weg. So. Hier noch. Äh. Hier, hier, hier. So, das reicht. Perfekt. Ich will das hier drin haben. Da. So. Das haben wir. Okay. Kühe. Müssen wir noch warten. Oh, warte mal. Wir haben zwei. Wir brauchen... Wie viel Leder? Wir brauchen nur ein Leder. Ähm. Sorry. Und wehe. Du gibst mir kein Leder. Wehe. Zwei sogar. Glück gehabt. So. Okay. Ähm. Jetzt haben wir das nächste Problem. Nämlich, ähm, Papier. Äh, Paper. 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 So. Sardust. Water Bucket. Okay. Pulverizer Saumel. Pulverizer Saumel. Okay. Okay, okay. Also sind wir... Wir müssen noch diese Seat-Dinger aufmachen. Warte mal Supplier. Ja, genau. Das brauche ich nicht. Hier. Claim reward. Claim reward. Claim reward. 1, 2, 3. Nein. 1, 2, 3. Okay. Sardust. Silver Bell. Das weiß. Ist das eine Kuh? Asparagus haben wir schon. Ich mach's einfach mal. Ach, ein Hundi. Hola. Aber du bist nicht meiner, wa? Nee. Du tötest meine Schafe, wenn ich welche hätte. Kann ich daraus wieder Knochen machen? Schade, aber es wär cool. Willst du nicht auch... Oh, mir. Das wär's doch lecker. Kann ich dir auch Fleisch geben oder nur Knochen? Du magst mich, aber du liebst mich nicht. Du bist jetzt einfach nur... Naja. Okay, denn nicht. Das ist ein Schafe. Eins davon ist ein Schaf. Also sind das zwei Hunde. Ja, okay. Ich brauch dich nicht. Verdammt. Okay. Okay. So. Dann würde ich sagen... Ähm... Genau. Machen wir nächste Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.